Begrüßt euch zum nächsten Trailer heute am 22.10.2023. Ja, der Jakob ist bis anschließend heute in Urlaub, heißt es gibt da also keine Predigt von ihm. Geht aber trotzdem wieder ein bisschen länger das Witt, denn immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ja, einige Sachen sind sicherlich höchst brisant interessant. Ich erzähle auch eine kleine Geschichte aus meinem Buch. Es ist aber jetzt keine Buchwerbung, weil es dieses Buch nicht zu kaufen gibt. Ja, in Bezug auf nochmal diese Tyrannenkinder. Ja, und ihr wisst ja, wo es findet. VK, Bitchute, Odyssee oder Rambl. Und dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss.